Ja, ich bin ja drin. Oh, nicht weiterbauen. Auf der Brücke. Was ist das? Mitten auf der Brücke ein Flammenblock. Schau mal in den Nordraum hinein. Oh, what the fuck? Du haben mir zwei, drei, fast drei Stunden die Mittelfeste getefft und einen schweren Angriff. Du haben ja rundherum auf die Pfeilwurgen genommen. Alter. Ich freue mich drauf, an dich reinkommen. Das wird wieder ein Farm-Event. Alter, geil. Bist du in einer Gruppe, gell? Ich bin gerade in einer Gruppe, aber ich verlasse es mal. Ich stelle mir drüben einen Ton dazu. Weißt du, das müsste ich dann auch gerne machen. Hey, ich kann den nicht in Gruppe aufnehmen, aber ich kann mir. Er grenzt ins Land. Hast du die anderen DS-Daten? Ja, ich? Ja. Ja, ja. Also, ich habe gerade Locke gesagt, er sollte einen Commander machen. Dadurch hat er gar nichts mehr geschrieben. Ich habe gesagt, wir brauchen einen TS. Kommt der von Ilona, oder was? Einfach auf den anderen TS. Ich habe nur drüber den Ton auch gemacht. Ich habe keine Antwort, das kriege ich keine Ahnung. Das ist ja nicht schon die volle Garde. Wir verschrecken die sowieso hier mit unserem Feuerwerk. Steppen ist laut meiner rosa Rüstung. Die macht mir nicht aus Angst. Wenn TRL ein Lied übernehmen will, sollen sie das auch gerne tun. Wer ist die hier? Lady Astriel. Oh, 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 warte mal. Dann geht die Nachtschicht ganz einfach auf Abaddon, was sie sonst auch tut. Oder auf Lichtung. Lady Astriel ist ein Messmer. Ja, die ist gar nicht schlecht mit der Benim war mal mitgelaufen. Wenn keiner von dem Fels nicht da war. Hallo, ich meine, es ist ja irgendwie schon praktisch, wenn sich so ein Commander im Schloss verstecken kann. Mhm. Dann sieht es sofort jeder, dass da ein Messmer drin ist und dann muss man nicht mehr unnötig nachfragen. Wieso, wieso, hab die denn... Vorräte, hast du noch rechen? Eigentlich, eigentlich müssen wir jetzt die Vorräte... Ich baue die Kanone fertig auf, okay? Nee, 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 es stimmt schon. Also jetzt können wir die ruhig drin lassen, jetzt haben wir ja die Deaths ausgebaut, jetzt müssen wir die nur noch pflegen, die Deaths. Wenn die den Losraum sieht, die kriegt ne halbe Klinge. Ja, die kriegt nen Anfall. Hey, soll AI jetzt noch schnell nen Hügel claimen? Ja. Ja, mach mal. Wir sollen uns jetzt die Vorräte holen und den Spawn-Ton rappen? Ja, mach das. Claim noch schnell nen Hügel. Darf ich mal fragen, was jetzt hier genau das Problem war? Ah, nee, scheiße, der ist ja schon geklämt, verdammt. Nein, der ist ja schon... Wir haben ja Buffs hier, der ist ja schon geklämt, schade. Ja, aber von irgendjemanden ohne Waffen... Ich hab grad gefragt, was jetzt... Nee, nee, das sind Buffs, guck mal. Ja, guck mal, die gehen gerade... War, das war ja... War nicht falsch, ich war nicht falsch, ich war nicht falsch, ich war nicht mehr, weil das ist nämlich wieder so ein zweiter Portmessmer. Bäm, R100 Pro. Ja, ne? Ich bin, ich bin, ich bin, ich bin, ich bin, ich bin einfach so nett. Oh, ne, der ist aber einfach so nett. Hallo, wenn der in meinen Pfeilwagen rangeht, dann geht's auch. Ja? Ja? Deswegen hab ich deinen Flammenbock ja auch nicht auch geklaut. Bist du gerade aus der Gruppe rausgezogen oder gegangen oder? Das ist nicht meine. Warum? Weiß nicht mehr, Mama. Weiß nicht mehr, Mama. Du bist so weg? Nein, ich bin mit der Face in der Gruppe. Das ist zu, du bist so. Die sind auch geschenkt. Gibst doch zu, dass du auf streifige Schwänze stehst. Oh, ne, Moin. Das ist echt nicht. Das ist echt nicht. Zwar gilt nicht. Bleiben wir schon. Immer sehr drüben, wir müssen auf. Wir bauen wieder Drehmus auf. Wo denn? Alle mit der Leihreise. Dann sollten wir... Ich glaub, der muss der nicht so ein Gescheid sagen. Wie kommt das, Doc? Doch, genau. Wir kommen alle mit dem Feuerwerk zum Aussichtsbogen. Wir haben uns durch den Bus gestört. Da laufen ganze zwei Leute. Einer von TFL und einer von Hot. Lass es. Was denn? Ja, da. Lass es. Lass es. Lass es. Es ist nicht wert, nö. Tut doch nix. Lässt sich auf sowas hin? Nein! Nein! Hat noch wer'n Cutter? Ich hab'n Cutter hier. Ne. Ich hab'n... Balliste. Und wen meinst du jetzt damit? Ich will mich irgendein Messmer hier hochholen. Ha! Ein drittes Ding! Ich muss jetzt was. Aber ich glaube, die kommen gar nicht hierhin, die Lichter. Vielleicht sollten wir jetzt doch mal einen Cutter aufstellen. Du kommst nicht! Ich will ja den Messmer mal den Alphons wieder hochholen. Lass es jetzt. Das ist doch klar. Hat noch irgendjemand nen Cutter dabei? Ich hab' keine mehr. Ne. Ne, ich haus mich. Ich kann nicht irgendein Messmer wieder hochholen. Die brauchen hier oben wieder nen Dreh auf. Ja, das ist weg. Aber da hinten ist es nicht weg. Was? Das ist weiter hinten. Wieso ist denn da vorne noch kein Dreh, dass das zusammengefallen ist? Ah, wo braucht jetzt nen Cutter? Wo hab ich Dreh vorgekippt? Wir brauchen keinen Cutter. Ja, alles schon erledigt. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ich hab bitte Kanon abgestossen. Kanonistik ausgegangen. Mal eben kurz... Aufs Ohrschlecken! Aufs Ohrschlecken! Sag mal eben kurz leise. Ich hab was wichtiges. Kann mich irgendein Messmer wieder hochholen. Bin mir am Ausdruck drunter gefallen. Oh Mann. Einfach mit Profis arbeiten! Ich bin mir nicht mehr hoch. Ja, dann bitte mal eben das Lager drehen. Ich bin halt nur ein Veteran. Das Tor ist noch kaputt. Also runter. Ja, runter, alle runter. Ja, links, ja. Ja, ja. Nein, kein Jade. Okay, Leute, ihr könnt vergessen, das ist gerade geupdatet worden, die ganze Festung. Gerade ausgebaut worden. Ja, ist egal, wir gehen trotzdem runter. Los, ich stehe ja schon da unten. Die Veteranen schon mal wegmachen hier. Das Timing war perfekt, ey. Ja, ich mache Ypsiloten für was, ey? Ich stelle eine. Für eine Rammel. Du hast das Portal benutzt. Ja, wir machen sowas. Für die, die Fallschaden nicht haben. Klein, aber fein, ne? Klein, aber fein, ja. Mittelfestung ist deutsch. Zehn Leuten, ey. Ist das mal ein welcher Baum? Ja, das hält auch. So, vielleicht sollten wir die Golems erstmal hier stehen lassen, weil wir am Blauternstrauß schützen. Das Ding ist nämlich halbwegs ausgebaut. Ja, in die Festung rein, dann würde ich sagen. Habt ihr Golems dabei? Äh, Golems sei schon ein Messmer dabei? Ja. Also ich habe Erz bliech. Erz bliech. Erz bliech. Könnt ihr uns reinkorten irgendwie in den Turm? Oder irgendwie zu mir weg? Erstmal da ins Ding hinten. Genau. Sehr schön. Dann lasst sie mal killen gehen da vorne. Ja. Ich würde sagen, hier hinten wenigstens ist das Wahnsinn. Nicht sofort ziehen. Golem Parkplatz, der ist bewacht. 2,50 Euro. Stell die doch ganz einfach da zu dem Belagerungsmann rein. Da steht er schon, Golem. Da stellt er die dazu. Ach ne, die dürfen nicht zusammenstehen. Ach komm, ich muss fast nicht. Ja, wir stellen die einfach hier hinten hin. Naja, oder doch nicht. Da wo jetzt ist. Aber nicht ineinander. Das ist ne Random Gruppe hier vorne. Jetzt sie grad ein Verteidiger schlafen gelegt. Oh ja, das mag ich ja. Schöne Random Säckchen. Oh, wer schnurrt das so? Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Wer das grade ist. Ein Kätzchen. Ganz. Nee, er hat seine Katze. Das hätte sie draufgesetzt. Hat zwei Achsen, aber vier Achsen. Oh, ne. Ich tue immer zwei Achsen. Wir haben doch grad so ne Menge tot gemacht. Äh. Wo kommen die denn alle her? Ach ne, das sind ja schon wieder diese Lichtungen, die wir da keine Beutel schmeißen. Ah. Richtig. Ich mag die Lichtungen nicht. Ah, das ist n ja. Das ist n ja. Also die Franzosen droppen echt gut, ey. Die sind richtig erfahren. Ja, die sind viel besser, ne. Fast jeder, der da was fallen lässt. Ja, also, die haben den Dreh raus, wenn man was fallen lässt, ey. Wir müssen richtig erfahren haben. Ja, die laufen halt mit dem vollen Inventar rum. Wie viel hat der eine hier? Er hat der eine noch festgehalten? Die machen sich während dessen Gedanken, was die am besten jetzt hier uns droppen. Ah, okay. Okay, okay. Oh, hoch röppen. Aber eben noch Supplies wir müssen checken. Bitte. Winter ist grad gedreht. Achtung, von links kommt ein Zeck. Ist schon wieder welche? Oh, ne Kuscheln. Du hast grad schon gewonnen, warum es so wenig waren. Da ist doch grad ein Zeck nach rechts weggelaufen. Das haben wir probiert. Der hat den Level ab. Okay, das ist jetzt wieder in dem ULM drin. Hier hat irgendjemand eingekackt. Ja, ne. Ja, ne. Ja, ne. Ja, ne. Ich erinnere, ne. Ihr wollt doch wohl nicht weglaufen. Über der Brücke. Jetzt kommst du von der Brücke wieder. Die können doch nicht entscheiden, oder? Ne, ich schon weg. Wollen die jetzt Sandwich machen, wir kacken dabei, Leute. Ja, Alter. Du bist ja mal im Sandwich, der in der Mitte nicht mitmacht, haben sie halt Pech gehabt. Das ist stärker als das Braut. Das sind echt Lichtungstücken. Kann man gar nicht glauben. Ist eigentlich Franzosen-Taktik, weißt du? Machst du erst das Tor auf und kommst du doch durch die Maue her. Tor auf, Tor auf, durch Maue rein, durch Tor wieder raus. Ja. Das haben wir uns auch gemacht. So, zwei Golems langweilen sich noch, Leute. Bitte? Zwei Leute noch zurückporten in die Maue rein. Die sind umgesetzt. Golems rein. So, bitte mal zurück zum Spawn. Mit dem anderen Commander. Wer schnurrt da wieder so ins Mikro rein? Ich tut mir leid. Das ist der Predator, sag ich doch. Ich hatte mich am Kaffee verschluckt. Der Predator. Face. Ich hab dir das vorhin schon gesagt. Ich akzeptiere keinen anderen. Was? Welcher Commander ist schon so verrückt und geht morgens um halb sechs mit 15 Mann in die Main-Feste von Jade? Zentral-Fest. Und dann schafft es. Mit zehn Leuten gegen 25 Jahre. Und das aus reiner Langeweile. Aus langweilig. Kannste auch nichts sagen. Wir wollten ja nicht mehr im Hügel rumstehen. Kann ich ja verstehen. Die ganze Zeit haben wir im Hügel haben wir sich ja sogar mit Feuerwerk noch vertrieben. Wo wollt ihr denn jetzt hin? Wo wollt ihr denn jetzt hin? Ach. Wir dachten einfach mal, wir fangen mit Bucht an und gehen dann so gegen den Uhrzeigersinn. Äh. Das hilft doch nicht. Gau. Das wäre mit Uhrzeigersinn. Wie viel Mess mal drüber denn jetzt? Alle mess mal bitte im Karten-Chat. Oh. Drei. Immerhin. Da habt ihr drei mehr als wir gehabt haben. Vier Stück. Vier mehr. Fünf. Fünf haben sie sogar. Fünf. Respekt. So. Weil ich immer so, immer so ein bisschen weiter, immer so einen längeren Namen ist. Persönlich. In der, in der Reihen wie es gerade in den Karten-Chat ist. So kommt hier. Wieso hat dieser Roboter hier gar kein Leben? Ach, der steht hier schon eine ganze Weile rum. So, so bekommt ihr eure Nummern. Malaga. Den hat jetzt auch n'random. Malaga. 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 Was So schlimm ist es auch nicht, dass er fest tot ist, ist kein soit... So, bitte ma ruhig jetzt kurz. Ja. Malaga, ist die eins, Grenzland ist die zwei. Ehhh, Daylight ist die drei. Und er zugelebt die vier. Und... Nicht alle bitte. so und jetzt noch eins wenn mesmer portal gestellt ist gehen die golems und die mesmer durch die rein der rest von der mesmer an nummer eins stellt das portal läuft los stellt das portal dann mesmer nummer zwei wenn er dann durch das porto die gole brauchen nicht zu laufen und es bleibt immer direkt stehen einfach da ist noch mehr morgen schon wieder aus der burg ihr wollt an der buch war ins wasser wir gehen jetzt am besten erstmal in den turm rein mit dem messmann und den golems sehen sie sind nicht wir machen das jetzt mit dem portal da rein wir versuchen das mal mess mal nummer eins portal setzen in richtung turm laufen und sofort die nächsten und ein auf er zu gehören hat das schon erfahrung mit diesen ganzen optionen schon ex golems geübertet die line bleibt stehen vorsichtig stehen vom kann sagen wenn das portal gesetzt wird fangt ihr mal vorne an nein direkt da wo du rauskommst damit die golems gar nicht laufen brauchen ja jetzt habe ich sind tacken vor euch gesetzt ja ist gut so perfekt wir sind drin und jetzt müssen die gleich nicht auf die zinne hochgehen die golems warten ballisten 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 aufpassen da ist keiner da ach du scheiße zwei sachen zwei ballisten da stehen hier eine menge klein zeug hier ne da kommen welche ne ist eines nicht sehr gut aber wer hat jetzt das zweite portal geleckt ich war das Nummer 2 wahrscheinlich ich wäre zwerg gewesen ja gut dann war man nicht da ich bin zwerge legen alle messmann sind jetzt alle hier ja ja ok bitte kuscheln bei mir wie wann legen wir los also in richtung kuscheln beim commander wasser ist eigentlich alles frei soweit wie ich das sehe ich meine wir könnten ja schon mal direkt ins wasser und dann mit den golems ganz nach unten tauchen bitte also grenzland setzt jetzt portal ins wasser oder was wir werden jetzt ins wasser gehen hat messmann nummer 1 sein portal schon wieder frei ja ready dann portal der eine golem steht nicht ganz drin ja sobald du raus kommst messmann nummer 2 sofort portal setzen loslaufen ja was ist mit dem morgenröttler los oder der war noch müde ich würde sagen wir sind noch in fahrt von jan ins wasser ja ja runter ins wasser runter ins wasser nicht laufen was denn golem laufen niemals einfach im portal stehen bleiben wenn irgendwas gesagt geht ist meistens hier die messmann wenn man sich irgendwo hin bewegen soll ja ansagen wenns portal kommt bei mir commander alles was dazu nicht kommt ist messmann boah torschild treffel download also alles wieder teleporten und rechts raus ja wir müssen jetzt mal in den wachboden wir müssen jetzt mal in den wachboden wir müssen jetzt mal in den wachboden zuhören danke wir gehen mal eben kurz auf aber wir porten die Citadelet wir gehen um raus wir gehen grad nicht aber wir sind wir sind vor allem mitnehmen ich geh grad zu weil er nicht zum kämpfen wieso hat er kein Wort wie verrückt ja 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 Leute keine Witze mehr ey ich bucherst mal auf die oh du scheiße die haben sich vermehrt und wie und wie und wie wie die Kanicke